Hallo, 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 es ist der vorletzte Tag vor Weihnachten. Und auch heute haben wir für sie was wunderschönes vorbereitet. Wir sind mal wieder mit britischem Blut in Italien unterwegs. Und wer sich jetzt denkt, oh Italien, oh, 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 da sind wir doch bestimmt wieder auf dieser ganz, ganz langen Graden. Ne, 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 Pustekuchen. Heute kommt was anderes. Und dann handelt es sich auch gleichzeitig noch um Verkehrssignale. Also lassen Sie sich mal überraschen, was der Dokumentarfilm für Sie heute parat hat. Ja. Also ich würde mal sagen, das war ganz, ganz gekonnt, dieses gelbe Signal ignoriert. Und da wurde auch noch volle Pulle durchgezogen. Und das gibt mittlerweile Strafen, wenn man gelbe Flaggen ignoriert. Und nicht zu knapp. Und hier hagelt es am 23.12. für diesen wunderschönen jungen Mann, Menschen, weil Geschlecht weiß ich nicht, Menschen, gibt es ein Safety Rating abgezogen, wegen Ignorieren der gelben Flagge. Und jetzt sehe ich schon wieder die Leute. Aber Herr Weihnachtsdesillutgemann, da ist doch gar keiner, der wedelt. Ha, im Auto wird es dir aber angezeigt. Im Auto wird dir angezeigt, dass da gelbe Flagge war. Die wurde ignoriert. Da wird voll durchgezogen. Bitte. Das müssen wir alle lernen. Auch ich. Auch ich. Und ich zähle mich da rein. Wenn ich mal richtig mit Rudolf einen loslege. Gelbe Flaggen. Oh, wasch ich das? Da wird einfach zack, kakakakakakakakak durchgezogen. Broom, broom. Nun, gelbe Flagge. Müssen wir wirklich aufpassen. Da können wir nicht einfach durchziehen. Okay? Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen. Lassen Sie uns reden. Und an dieser Stelle, danke schön, dass Sie da waren. Und wir sehen uns morgen vom letzten Türchen. Untertitelung des ZDF, 2020